Ich bin schon getrotten, jetzt dem so lange. Ja bitte lag nicht, ich bin doch nur am Laufen. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ah, ich weiss, was ich mache. Ich kurz einen Moment. So, mal schauen. Ein bisschen besser. Ja, nein. Ja, jetzt geht es gar nicht mehr anständig, oder was? Hm. Brauche ich jetzt echt noch einen besseren PC, oder was? Oder muss ich das Aufnahmeprogramm jetzt wirklich wechseln? Das könnte natürlich auch an Fraps liegen. Ah, greift sie an. Gut. Hop auf, ich sag mal. Wer rastet, der rastet. Hm. Ja. Die Spieler spielen eigentlich das Spiel fast gar nicht mehr. Sie gammeln nur herum, das habe ich auch bei Osius gesehen. Die meisten sind einfach beim Bind und machen nichts. Schade. Die wollen eigentlich nur noch online sein, damit irgendwas passiert. Weiß ich auch nicht, was passiert dann. Hm. Damit sie bei Xfire oder bei Steam mehr Stunden Anzeige haben, oder so. So, hier haben wir eine Quest abgegeben. Und da oben ist auch noch eine Quest zum Abgeben. So, jetzt kann ich noch mal ein paar Quests annehmen. Zum Beispiel die da drin. Die, die sind wirklich tolles. Das ist ja nicht genau. Das ist ja nicht genau. Ich muss nicht genau das, was ich gerade versäuchte. Hm. Das ist ja nicht wahr,'m. Ähm, nein, nicht der. Von lauter Gewöhnung habe ich jetzt den genommen. Die da. Ähm, Beschwörungen. Materielle Bindung. Das brauche ich nicht. Zombie. Ja, 18 Sekunden. Das ist ein bisschen wenig. Nee, ähm, Energieball. Heuer brauchen wir auch nicht. Heilung auch nicht. Das auch nicht. Ja, machen wir Heft weiter. Drachenblut, Synergiebindung. Nein, ähm, Drachenblut, Synergiebindung. Ja. Ja. Oder nein, nicht die Angriffshalber. Komm her. Okay. Ach, gar eine Beschleunigung. Aber irgendwie. Mal überlegen. Ja, doch. Ähm, Schaden. Ja, Schaden. So, dann haben wir hier noch einen. Ähm, Imps machen wir hier. Beschwerung hier. Oder hier, 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 so. Ähm, Käfer-Schwamm hier. Dann haben wir hier die Heilung. Aber machen wir Energiebarrier hier. Und dann erst die Heilung. So. So ist besser. Also jetzt müssen wir nach Ahn-Alice. Und. Zum Alice. Und natürlich die anderen Richtungen. Große grüne Wespe. Nur grüne Wespe. Große grüne Wespe. Da. Also jetzt ist die Reichweite recht klein. Die haben keine Schumose. Ich liebe die. Komm schon. Hopp. Er ist angegriffen. Na, nicht eine Große. Nicht eine Große. Ah. Jetzt sind mit die Großen wieder drin. LOL. Der greift sie einfach an. Na, nicht der. So. So. Der ist dem Tode gereikt. Tschüss. Das. Gum. Och. Wasser. D��. Ja, toll. Komm schon. Oh, viel Mann, er braucht er. Ja, bitte. Jetzt musst du mich nicht angreifen, wenn ich mich beschwören kann. Wieso ist die Autorangriff eigentlich so? Nein, bitte. Ich treffe mich nicht. Aha, ich bin auch nicht angreifen. Na genau, ich bin gerne mal. Ja, jetzt müsst ihr nicht weggehen. Kein Feedback. So, ich bin ein bisschen verwöhnt von Diablo 3 und sonst Part of Exile, dann bin ich jetzt ein bisschen genervt über dieses schlechte Kampfsystem, dem Null Feedback, nix, bisschen genervt, ja. Selbstheilung, Null Mana. So. 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 So.